Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Limbeck.podcast Vertrieb ist Chefsache. In den kommenden 11 Minuten erwarten euch knackige Tipps und Hacks rund um das Thema Vertrieb sowie Führung, Entwicklung und Skalierung eurer Companies klar und wahr auf dem Punkt. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Limbeck.podcast Vertrieb ist Chefsache. Und heute möchte ich mal zum Anlass nehmen, wieder das Thema Mindset. Wir alle können irgendwie dieses Wort Mindset nicht mehr hören. Wir alle können dieses Wort Positivität nicht mehr hören. Wir alle, ich sage immer, meine Blutgruppe ist sogar positiv. Doch ich muss heute nochmal darüber reden, weil, schau mal, mir geht dieses ganze Mi, 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 dieses ganze Gelabere, dieses ganze Weicheierei-Getue total auf den Zeiger. Ich will euch auch sagen, warum. Schau, wir können über das Wetter draußen schimpfen. Wir haben dieses Jahr überhaupt gar keinen Sommer gehabt. Das ist so schrecklich hier. Bei mir in Javea sagen die Leute, wir haben gar keinen Regen gehabt, weil wir brauchen dringend Regen für die Vegetation. Und im Juni, Juli ist es so heiß, da können wir überhaupt nichts machen, weil und überhaupt. Ich kann permanent jammern über die Wirtschaft, über die Gesellschaft, über die Wahlen, über das Bürgergeldrechner, über die neue Generation, über Live-Life-Balance, über die Forderungen, die alle heute stellen. Ich könnte auch gar nicht mehr aufhören zu schimpfen. Nur, es bringt mich nicht nach vorne. Wir leben in hier und jetzt. Hier und jetzt ist unsere Zeit. Und die Frage ist, wie machen wir aus dieser Zeit das Beste? Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen in den Rückspiegel schauen, von der guten alten Zeit träumen und sagen, ja, damals war alles besser. Und ja, unsere Eltern. Und unsere Eltern haben gesagt, ja, ich möchte, dass meine Kinder es besser haben. Und dann wollten wir es für unsere Kinder besser haben. Das ist auch logisch. Ich habe mit meinem Sohn auch einen klaren Deal gemacht. Das war zum Beispiel lustig. Ich habe gesagt, pass auf, ich wollte auch gerne, dass er Abi macht. Ich habe ein amerikanisches Abitur, wird in Deutschland nicht anerkannt. Ich habe ja hier eine mittlere Reife gemacht, auch mit durchschnittlichen Noten. Damals, ich sage ja immer, ich habe die Straße studiert. Und ich wollte natürlich auch, dass mein Sohn es mal besser hat. Und ich war auch getriggert und getrieben von den ganzen Konzernen. Und wenn ich dort mit Managern gesprochen habe und gesagt habe, Mensch, nach welchen Kriterien sucht ihr denn Leute aus? Dann hieß es immer, ja, so ohne Masterstudium brauche hier gar keiner kommen. Am besten dreisparig studiert. Und dann noch am besten Mandarin, Chinesisch und Spanisch. Und wir alle wissen, diese Übermenschen gibt es nicht. Und auch ich war dann dem so ein bisschen mal erlegen. Das ist ja auch eine Tal- und Bergfahrt, durch die du im Leben so gehst. Mal entwickelst dich in die eine Richtung und denkst, ja, das ist gut für dich. Dann in die andere Richtung ist gut für dich oder für deinen Sohn, für deine Familie, für dein Umfeld. Eine lange Rede, kurzer Sinn, da siehst du auch, wie Positivität und auch Manifestieren, wie auch Visualisieren funktioniert. Ich habe damals zum Chris gesagt, Mensch, Chris, komm, ich möchte, dass du beim Abi, damit du ein gutes Abi hast und dann irgendwas Cooles studieren kannst, auf jeden Fall, dass eine 2 davor steht. Und ich weiß noch, wie heute, ich war damals mit den Sales Leaders, damals, wie es die noch gab, in Essen auf der Bühne, Carsten Maschmeyer dabei, Andi Buhr dabei, Carsten Brocke war, glaube ich, in dem Durchgang mit dabei. Also wir hatten wie immer eine Riesenbesetzung, Jörg Löhr und ich war dann auf der Sales Leaders Abschlussfeier nicht mehr dabei, weil ich musste direkt ins Auto, put the pedal to the metal. Mein Rechtsanwalt hat ja früher schon gesagt, lieber rechts überholen, wie dicht auffahren. Er musste zum Abi-Abschlussfeier meines Sohnes oder wollte auch natürlich da sein, damals in Marburg, ja, bei der Steinmühle, wo er eben Abi gemacht hat. Und ja, er hat Abi mit 2,9 gemacht, da siehst du auch, visualisieren und manifestieren. Ich habe gesagt, es muss der 2 davor stehen und dann hat er das Ganze eben getan. Dann ging es ein Stück weiter, später hat er dann den Bachelor gemacht, die ist dann auch mit 16 Jahren zu mir gezogen, dann nach Köln und ich weiß noch, wie heute. Das war auch spannend zum Thema Positivität und sich entwickeln lassen. Damals habe ich über Connections und mein Netzwerk eine Wohnung für ihn gesucht und habe dann über meinen Finanzdienstleister, Freund heute, dann auch eine Wohnung gefunden bei seiner damaligen noch Freundin, heute Frau, einer der besten Freundinnen, lange Rede, kurzer Sinn, Einliegerwohnung, die sagt dann, ich gucke dann mal immer nach deinem Sohn, dass der auch morgens aufsteht und zum Studium geht. Und ich sagte damals schon, nee, musst du nicht. Schau, Erfolg ist freiwillig, kann keinen dazu zwingen. Wenn der meint, er muss nicht ordentlich studieren und er kann auspennen, dann ist es sein Thema, nicht meins. Damals wollte ich da mit ihm einen Deal machen. Ich dachte, wenn es mit einer 2 davor funktioniert, wo bist du mal einer 1? Sagt er, oh Papa, jetzt legst du dich aber weit aus dem Fenster. Und sein Bachelorstudium hat er auch irgendwie mit einer 2 davor gemacht. Und dann ist er ja bei mir in die Company gegangen, hat die Deutsche Verkäuferschule, wo wir Ausbildung zum Vertriebsleiter auf IHK-Niveau, da kann man sich noch gerade anmelden, ein paar Restläufer gibt es, aber wir werden mit dem Geschäftsmodell auch Ende 2025 aufhören und dann dort was anderes anbieten werden. Was wissen wir noch nicht, schauen wir mal. Lange Rede, kurzer Sinn. Und das hat er dann auch gemacht, zwei Jahre bei mir gearbeitet, dann wie gesagt Geschäftsmodell und jetzt hat er nochmal studiert und da war ich auch wieder positiv, ich habe ihn machen lassen. Ja, und habe dann gesagt, Mensch, nochmal probiert mit der 1, hat er gelacht und siehe da, er hat jetzt seinen Bachelor erst mit der 2 gemacht und jetzt seinen Master gemacht mit. Ich möchte heute ja auch mal einfach ein Loblied auf den Chris singen mit 1,7 und seine Master-Thesis mit 120 Punkten von 120. Da bin ich natürlich stolz, wie Bolle das gemacht zu haben. Und warum? Weil ich ihn habe machen lassen, weil ich an den Fluss des Lebens glaube. Wenn ich an den Fluss des Lebens glaube und vertraue, dann ist egal, was dir da draußen passiert. Ich weiß, das klingt jetzt hart. Sei es die drohende Insolvenz, sei es Liquiditätsherausforderung, sei es Mitarbeiter, die du verlierst, sei es Kunden, die kündigen. Es hat immer was mit dir zu tun. Ja, und wir werden immer in die richtigen Umstände reinraten, die für uns gerade eine Lernbotschaft sind. Und ich weiß, das klingt so hart, doch ich glaube zutiefst daran, dass alles Negative auch automatisch positiv für dich ist, weil du daran wachsen und lernen darfst. Und ich bin oft auch gefragt worden, sind sie immer so positiv? Ich programmiere mich ja selber darauf, dass ich sage, an manchen Tagen bin ich gut drauf, an manchen Tagen sehr gut drauf. Nur, was bringen wir die schlechten Tage? Ich gebe dir ein schönes Beispiel. Letzte Woche passiert, früher hätte ich mich gegeiselt, wie beim Namen der Rosi, die Siebenschwänzige. Ich war letzte Woche für einen Kunden in Mainz, einer meiner Lieblingskunden oder wahrscheinlich gerade mein Lieblingskunde im B2B, wo ich ja mit der Limbeck Group noch unterstütze. Ihr habt das ja in der letzten Folge mitbekommen, dass die Limbeck Group, wer es noch nicht weiß, ja in neue Hände gegangen ist. Und ich freue mich sehr, einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben, eben weil mein Sohn es nicht wollte. Auch da blieb ich positiv und sagte, okay, dann mach ins andere. Und jetzt habe ich jemanden gefunden, von dem ich glaube, dass der es hervorragend machen kann und ich weiter unterstützen werde, eben mit allen meinen Mitteln und Möglichkeiten, wie ich von denen gebraucht werde. Aber eben hier mit der Gibtwischstürmer Mentoring, eben ihr habt gesehen, Logo hat auch gewechselt, Farbe hat nochmal gewechselt, neu gegründet habe. Und mein Hauptfokus sein wird eben, Unternehmerinnen und Unternehmer zu unterstützen, Selbstständige dazu zu bringen, Unternehmer zu werden und weiter eben Keynotes zu halten, Positionierungsworkshops zu machen und natürlich auch im Corporate Business, die Limbeck Group weiter zu unterstützen. Oder wenn du ein Highlight-Seminar haben willst, dann bin ich natürlich auch dein Mann. Also, und dann bin ich letzte Woche da gewesen und pass auf, ich musste morgens eben in die Apotheke mir was holen, weil es mir nicht so gut ging und bin dann eben nicht wie erlaubt am Hotel vorgefahren und dann rechts rum auf den Parkplatz, sondern ich bin direkt links rum über den Parkplatz und war so in Gedanken und bin über einen Bordstein gefahren, so hoch. Und ich habe wirklich sehr gut aufgepumpte Reifen und es macht richtig BAM, BAM. Ich dachte, Scheibenkleister. Diese teuren Magnesiumfelden, die sind jetzt im Eimer und hatte schon Horror-Szenarien im Kopf von, ja, schöne vierstellige Summe jetzt, die da auf mich zukommt. Und siehe da, es waren nur zwei Reifen. Dann habe ich eben mein Netzwerk wieder angerufen. Der Karl-Heinz, der Werkstattleiter von der Hanauer und Bad Humburg sitzt in meinem Blog. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir haben eine Business-Freundschaft miteinander. Der hat mein Auto geholt, gemacht, getan. So, früher hätte ich mich dafür gegeißelt, ja, und mich niedergemacht. Und war vielleicht nochmal ein Zeichen dafür, sei achtsamer, fahr langsam. Jetzt sagen manche, du kannst es dir auch schön verkaufen. Ja, ich kann mich aber auch geißeln. Also verkaufe ich es mir doch lieber positiv und schön. Und deswegen ist es so wichtig, setz dich mal wieder hin und wir vergessen einfach, um in einen guten Zustand zu kommen, unsere Erfolge. Und ich möchte dich einladen, zwei Dinge zu tun. Ich tue die jedes Jahr Weihnachten. Und das seit Jahrzehnten. Ja, weil ich schon ein bisschen länger auf dieser Tour unterwegs bin. Ich nehme immer den 30. oder 31. Je nachdem, ich schaffe meistens den 30. 12. Einen Tag nur für mich. Manchmal dauert es vier Stunden, manchmal sechs Stunden, manchmal ist es schon den ganzen Tag gedauert. Und manchmal auch nur ein Jahr, eine Stunde. Und dann schreibe ich mir alle Wunschkunden auf, die ich nächstes Jahr gerne hätte. Also was sind die Wunschkunden, die ich gerne in meiner Company, für meine Company hätte. Dann schreibe ich mir alles auf, was ich nicht mehr möchte. Ganz bewusst auch, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr abends so spät essen. Ich möchte nicht mehr so viel Alkohol trinken. Ich möchte nicht so viel Zucker essen. Ich möchte nicht mehr mit negativen Menschen zu tun haben. Ich möchte gewisse Dinge nicht mehr. Ich möchte nicht wieder in mein altes Muster fallen. Und ich schreibe mir auf, was ich alles möchte. Neben meinem Zielplan, mein sogenanntes Balance-Modell, das machen wir in der nächsten Folge mal. Das ist eine gute Idee. Da machen wir genau damit weiter, mit dem Balance-Modell, wie ich meine Ziele für das nächste Jahr plane. Und das ist für mich so unfassbar wichtig geworden, um Klarheit zu gewinnen. Weil ich kann mich daran erinnern und ich nehme das immer wieder gerne auf, um euch da draußen zu trickern. Ich sage immer wieder, wenn dann, wenn ich dann das erreiche, dann mache ich das, wenn ich das mache, dann tue ich das, wenn ich das mache, dann tue ich das. Und ich erwische mich gerade selber dabei. Ich werde jetzt pendeln zwischen Spanien und Deutschland. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen. Ich gebe gerade richtig Geld aus. Nämlich aus dem Ersparten, wo ich 30 Jahre für Gas gegeben habe. Und es tut mir richtig gut. Ich habe gerade ein Jeep gekauft für Spanien. Ich habe gerade ein Motorrad gekauft, weil ich mir umbauen lasse, weil der Limbeck mag nichts von der Stange. Ich habe nochmal das Haus, da lasse ich gerade ein Eisbecken bauen und so weiter und so fort. Und wisst ihr was? Es fühlt sich richtig und gut an. Denn ich war die Tage wieder mit Menschen unterwegs, die zehn Jahre älter sind. Und wenn ich sehe, wie schlecht die zurecht sind und auch nichts für ihre Gesundheit tun, dann sage ich dir, so möchte der kleine Martin auch im hohen Alter nicht enden. Und deswegen ist es nie zu spät, dich zu verändern. Und deswegen ist es wichtig, in einen guten, positiven Zustand zu kommen. Und dafür mache ich eben auch so Dinge, die ich dir in der nächsten Folge direkt erklären werde und erzählen werde. Das war wieder eine Folge von Limbeck.podcast. Vertrieb ist Chefsache und mein Herz brennt so da draußen für euch. Ich möchte so gern Unternehmer in ihre Kraft bringen, sie unterstützen, weil ich weiß, dass ihr oft sehr einsam seid. Denk dran, wir Podcaster machen das hier für dich ohne Berechnung, einfach so, weil wir Bock haben, dich zu unterstützen, unsere Botschaft in die Welt zu tragen. Und natürlich auch, dass du uns kennenlernen kannst, denn ich arbeite ja, wie ihr wisst, sehr eng mit Unternehmern zusammen. Also liken, teilen, fünf Sterne und weiter Gas geben. Das war Limbeck.podcast. Vertrieb ist Chefsache von und mit Martin Limbeck. Ihr wollt mehr Unternehmer und Zählst-Know-how? Dann besucht Martin auf seinen Social-Media-Kanälen und auf martinlimbeck.de. Glück auf und bis zum nächsten Mal.